Alter, was ist denn das für Sau-Sacker? Ist denn das für die Sau-Sacker? Ich denke auch, dass ich nicht so allzu lang aufhalte mit Sachen. Och, scheiße, ich meine, ich kann springen. Oh Gott, jetzt kommen noch die hässlichen. Auch noch hier raus. Ja, ein bisschen Flammenwerfer. Ja, okay. Flammenwerfer ist zwar Käse, vor allem kann ich ihn hier in der Schwerelosigkeit relativ nicht benutzen. Oh, oh. Geh weg. Nein, bleib hier. Wie krieg ich das jetzt? Ja, super. Jetzt hab ich meine Munition verdattelt und komm durch dann das Ding ran. Ja, super. Ja, ich muss mir echt das jetzt, die Waffen dann ablegen, wenn ich mal wieder zu einem Ding komme. Lege ich die Waffen ab und nur lass nur ein Kater oder so übrig, damit ich wirklich nur die Munition bekomme, äh, mehr Munition von einer Sorte bekomme. Jetzt mach nicht. Du hast noch 30 Sekunden. Das ist ein Drittel von der Zeit, was du eben bekommen hast. Hast du das? Nein. Ja, siehste, war doch gar nicht so schlimm. Was kommt jetzt? Die Sauerstoffsättigung fällt. Irgendwas vergiftet die Luft, die die Hydrokulturen produzieren. Und was es auch ist, es füllt das Ganze weg mit diesem organischen Zeug. Wir haben halt keine Luft mehr zum Atmen haben. Aber wenn ich diese Laborberichte richtig deute, kann ich ein Gift herstellen, mit dem wir das Zeug zerstören können. Das wäre schon mal praktisch. Ich sollte an Sie haben, was ihr braucht. Hört das denn nie auf? Isaac, gehen Sie rüber zur Krankenstation und mischen Sie, was immer kein von Ihnen sagt. Ich gehe rüber zu den Hydrokulturen. Wenn ich das Ganze verlangsamen kann, haben wir vielleicht genug Luft, um es zu bekämpfen. Ja, endlich, ja, macht mal was. Er sitzt nicht nur rum und chillt. Er schickt mich durch die Gegend dieses Horrorschiff. Ich muss mich den ganzen Schatz machen. Was ist denn das jetzt? Was ist denn das jetzt für ein dreckiges Hirn? Scheiße. Noch mehr? Alter, was ist denn das für Sau-Sacker? Sind das Fee-Sacker? Das sind so Fee-Sacker-Dinger. Ach, du Kacke. Und da habe ich natürlich die richtige Waffe dafür. Einer ist down. Oder auch nicht. Jetzt habe ich keine Money mehr. Einer ist weg. Jetzt sind sie beide weg. Alter, was sind das für hässliche Viecher? Über die Morphi ist auch leer. Das ist aber nur mit einem fetten Brummer. Tret drauf. Sicherheitshalber. Immer drauf treten. Also ich brauche unbedingt ein Terminal. Dass ich unbedingt ein Terminal brauche, um zu kaufen. Und zwar Menge. Eine Menge Munition muss ich kaufen. Und ein Scheiß Rubin und das Zeug da wegkaufen. Damit ich mir Munition kaufen kann. Waffen ablegen, Munition vollpacken. Einen Schuss noch. Na super, was mache ich dann? Kann nur noch drauf treten. Und das ist ja auch nichts, wenn ich nur drauf treten kann. Ach, nö. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Finde ich hier richtig? Nein. Nein. Gab es hier nicht irgendwo mal ein wenigstens Modul, wo ich mir was kaufen konnte? Raus mit dem Müll. Kann ich mir hier was kaufen? Oder habe ich hier was vergessen? Nicht nur eine Werkbank. Nein, hier werde ich mir auch nichts kaufen. Aber ich müsste doch unbedingt irgendwas kaufen können. Nee, hier gab es nichts zum Kaufen. Nein, das waren die komischen Dinge hier. Was ist das? War ich da schon drin? Ja, habe ich auch schon alles gelootet. Man. Da muss ich echt aufpassen. Nein, hier gibt es nichts. Da ist noch eine Tür. Da war ich noch nicht drin. Da war ich noch nicht drin. Da ranziert nicht. Ja, da geht es. Gibt es noch was. Text-Lock. Lassen wir Energie. Lockboxes Käpt'n. Überträger der ersten Infektion. Was? Überträger der ersten Infektion. Es ist... Es ist es erst weniger als eine Stunde her, aber... In dem Fall breit sich rasend schnell aus. Die Flight Deck war nach dem Quest des Shuttles als erstes dran. Jetzt ist es bereits fast vollständig verseucht. Blablabla und gut, wir haben es gelesen. Gut. Eins. Munition rein. Wie viel? Sechs Schuss. Naja, okay. Das ist nichts. Da habe ich noch was gesehen. Nämlich. Ha. Das ist dann Munition. Du hättest egal was. Muni. Muni, Muni, Muni. Das zöger ich nicht zu dritten. Was ist das? Oh, Energieknoten. Auch gut. Seien wir hier noch. Was ist zu dritten? Nein, da kann ich auch nicht reintreten. Dann Nummer 3 nachladen. Das A mein Inventallehrer wird. Und B mein Ding besser. Dann kann ich mit... So, scheiße. So, war ich jetzt in jeder Tür? Ne, da drüben war ich auch noch nicht. Jetzt muss ich auch wieder aufpassen, dass ich nicht in die komischen Felder rein tapse. Um mich zerrupfen. Ja. Ein Energieknoten. Aber das lohnt sich meistens, wenn ich einen Energieknotenopfer kriege. Ich bin jetzt zum geilen Stuff. Was habe ich hier? Das Inventar ist voll. Bist du mich veräppeln? Tatsache, das Inventar ist voll. Dann haue ich mir mal hier das hier rein. Dann kann ich mein Weg jetzt mal die Strahlen... Habe ich jetzt echt das Ding... Das ist aufgesammelt. Das habe ich hier. Nein, das brauche ich nicht. Luftkanister brauche ich auch nicht. Fern. So. Ich will das andere Ding haben. Was ist da hinten noch? Credits 5000. Hier. Goldhalbleiter. Daher, ich lasse mir erst mal nur noch Munition suchen. Ach, nööööööööööööö. Ich muss doch erst das Inventar wieder lernen. Stasse... ...habe ich noch voll... ...läm, fählen wir das hier. Jetzt kann ich das durchstappen. ich will nicht das medikit jetzt muss ich erst das medikit aufheben dann hier rüber das medikit rausschmeißen zurück die flammenwerfer munition holen die flammenwerfer auswählen nachladen dann hier rüber das hier aufheben nummer vier aus 32 auswählen diese nachladen und jetzt noch die türen aufmachen soll hier haben wir vom nation natürlich was habe ich jetzt schon wieder aufgehoben aufheben das ist doch ein dreck ding wenn ich nicht genug platz habe kapazität habe hier jetzt kann man auch so nehmen so jetzt vier auswählen nachladen aber jetzt 50 so habe ich nehme meine 1 habe ich jetzt alles gelutet hier klein bleiben da die braucht will ich auch nicht haben wir gehen wir auf den sack deswegen machen wir hier weiter und ich muss lauter reden sonst hört ihr mich nicht so habe ich jetzt alle türen map jetzt alle räume hier abgegrast wo bin ich denn hier xy ja müsste jetzt alles abgegrast haben gut dann gehen wir jetzt hier weit aber ich ja 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 ich Untertitelung des ZDF für funk, 2017